In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, was die Wikimedia-Stiftung macht. Sie kennen vielleicht Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Vielleicht wussten Sie aber nicht, dass Wikipedia sowie 13 weitere Open-Source-Projekte, die sich dem freien Wissen widmen, von der Non-Profit-Organisation Wikimedia Foundation gehostet und betrieben werden. Die Stiftung besteht aus Menschen aus aller Welt, die überzeugt sind, dass Wissen ein Menschenrecht ist. Sie setzen sich dafür ein, dass kostenloses, verifizierbares Wissen für alle zugänglich ist. Ihre Arbeit umfasst die Verbesserung und Wartung von Weltklasse-Technologie. Damit unterstützen Sie die umfangreiche Open-Source-Infrastruktur von Wikimedia. Sie unterstützen und finanzieren Organisationen und Menschen, die freies Wissen ermöglichen. Außerdem setzen Sie sich weltweit dafür ein, freies Wissen zu schützen. Das macht die Wikimedia-Stiftung. In einer Minute erklärt.